Er kriegt mal eine Rechnung für sein verstorbenes Kind. Kann das sein, dass du breit zu breit bist, sagt man? Geht schon. Er ist so super, der Klaus. Vorsicht, was ist? Also ich muss zwar einen zu noch fit kriegen, aber wir haben noch einen Moment. Also, magst du vielleicht ein Bier? Gerne.